Dieses Mädchen war ein Bekannter von uns, es passiert hier in der Nähe. Um es gleichzusetzen mit dem Islam und der Tatsache, dass es wahrscheinlich ein Holländer war, fügen sie nicht hinzu. Sie war noch nicht verheiratet, sie war kurz davor zu heiraten. Sie war verlobt, und lebte noch immer mit ihren Eltern. Es geschah dort in diesem Aufzug. Während des Vorfalls sprach sie am Telefon mit ihrem Mann. Augenzeugen sagten, dass der Täter ein Holländer war, ist Atheist Holländer, zu AIVD. Quelle ihre Familie?